In diesem Video werde ich mögliche Fehler bei der Erstellung von dynamischen Masken und Maskenspuren besprechen. Die Maskenspur ist erstellt worden, ebenso die Bildspur, die zugewiesene Bildspur und trotzdem wird keine Maske angezeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Als erstes werde ich überprüfen, ob die Screenausgabe richtig eingestellt ist. Ich klicke auf den Spurkopf der Maskenspur und stelle fest, dass bei Screenausgabe keine Ausgabe steht. Die Maskenspur, immer die oberste Maskenspur, gehört jedoch gerendert. Hier stelle ich auf Stapelrendern oder Stapelinvertiertrendern. Und sofort wird die Maske richtig angewandt. Wird die Maske immer noch nicht richtig angezeigt, überprüfe ich im Media Pool die Maske selbst, rechter Mausklick Eigenschaften und ich stelle fest, dass diese Datei keinen eingebetteten Alpha-Kanal hat, trotzdem der Alpha-Kanal eingestellt ist. Ich stelle vom Alpha-Kanal auf einen Farbkanal, bestätige das mit OK und scrolle über das Bild. Jetzt wird die Maske richtig angewandt. Anstelle der Verwendung der Maske ist ein Teil der Maske selbst im Screen sichtbar. In diesem Fall muss die Maskenfunktion in den Optionen freigeschalten werden. Dazu klicke ich auf Extras, wähle Optionen und in den Projektoptionen unter dem Punkt Ausgabe befindet sich das Häkchen für die Maskenfunktion. Nachdem ich das Häkchen gesetzt habe, wird die Maske sofort richtig verwendet. Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist die richtige Anordnung der Spuren. Die mit der Maskenspur verknüpfte Bildspur muss immer unter der Maskenspur sein. Ich fasse sie am Spurkopf an und ziehe sie in die richtige Position. Auch bei der Verwendung von mehreren Maskenspuren ist die Anordnung wichtig. Die Maskenspur, die gerendert wird, man erkennt das, wenn man auf den Spurkopf klickt, im Eigenschaftsfenster und der Screen Ausgabe muss immer die oberste sein. Hier diese Spur wird nicht gerendert und befindet sich deswegen unter der Spur, die gerendert wird.